Ostersonntag, 19 Uhr. Andreas Jetter, Bruno Rauf, musizieren wir in Münster unserer lieben Frau in Radolfzell. Es ist Ostern geworden und auch dieser Raum sehnt sich nach einem satten Klang. Er musste so vieles entbehren, wie wir Menschen auch. Ostern, da möchte man hinausrufen, dieses Halleluja, Christus, der Stamm. Ostern, da seht man sich nach Pauken und Trompeten, da seht man sich nach diesen Hinausrufen. Er lebt mitten hinein in eine Welt, die oft gar nicht mehr so dem Leben nachspürt, aber es doch ersehnt. Es ist Ostern geworden und erfreut uns mit Ihnen zusammen, dieses Ostern auch in dieser Weise ins Klingen zu bringen. Wir wünschen uns allen eine gesegnete und eine frohe Osternzeit. Klingel Amen. 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 Echoes of Joy von Hans-André Stamm. Jetzt spielen wir von Giuseppe Torelli das Concerto in D. ... ... Amen. 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 Amen.